Grüß dich am Tag 23 vom Miming Online Adventkalender. Wir waren kürzlich beim Gemeinderat eingeladen und wir haben noch etwas mitgebracht. Heute sind wir bei der Gemeinderatssitzung und den schauen wir uns jetzt an. Heute sind wir zur letzten Gemeinderatssitzung in diesem Jahr. Meine Kollegen, bitte. Das ist ein Blick auf die Bekommen reisen. Auch die Zuhörerinnen und Zuhörer in Bekommen reisen. Die Möglichkeit dementsprechend die Kinder aufzunehmen. Die Fischstück hat den besten Spielraum, wo sie heute so weit ist. Die Möglichkeit. Am 24 schnellsten haben wir die Schlüsselübergabe mit der neuen Heimat. Da haben wir auch den Stellvertreter Tonauer mit dabei. Die Wohnenlage am Sonnenweg. Martin, normalerweise werden die Gemeinderäte in der Bevölkerung so wagenommen. Da geht man zu einer Sitzung und zu verschiedenen festlichen Anlässen. Wir haben jetzt daheim an dem runden Tisch gesehen, dass da viel, viel mehr dahinter steckt. Ja, natürlich. Es geht um die Verwaltung der gesamten Gemeinde. Natürlich auch für das gesamte Budget. Passend zur heutigen Sitzung, wo wir ja wirklich viele, viele Millionen verwalten müssen. Für die Miemingerinnen und Mieminger. Und dass man sehr sorgsam mit dem Geld umgeht. Und ich muss sagen, wir haben eine tolle Mannschaft. Über die quer durch die Bank durch. Wirklich sehr interessierte Leute. die natürlich in ihrer Freizeit sich die Zeit nehmen, für die Öffentlichkeit eine Leistung zu erbringen. Und ich muss echt sagen, wie frei zu sein, auch mit den Abstimmungsverhältnissen immer wieder. Und das ist echt fein, mit den Leuten zu arbeiten. Dementsprechend, ich komme da aufzunehmen. Werner, du bist der Obmann des Finanzausschusses. Das habe ich jetzt gelernt. Jetzt haben wir heute ganz oft das Wort Budget gehört. Das ist ja so ein Wort, das eigentlich überall in aller Munde ist. Jeder kennt es. Aber was steckt denn da eigentlich alles dahinter? Naja, Budget, wie du sagst, kennt jeder. Das Wort kennt jeder. Braucht jeder. Jeder vermutet einen Haufen Arbeit dahinter. Und das ist es auch im Endeffekt. Weil das ist ja die maßgebliche Zahl, mit der die Gemeinde, beziehungsweise jeder, damit arbeiten muss. Um im nächsten Jahr zu wissen, welcher Plan das dahinter steckt. Wo sie ausgeben kann, wo sie einnimmt, vermutlich einnimmt, wo sie vermutlich ausgeben kann. Und das ist natürlich speziell für eine Gemeinde in dieser Größenordnung, wo wir sind, schon eine immens wichtige Sache. Und du machst das nebenher zu deinen Berufen? Ja, nachdem ich mich dazu entschieden habe, im Gemeinderat mitzuarbeiten. Und Gott sei Dank eine Weltbahn bin in der wunderbaren Gemeinschaft da. Da habe ich mich auch dazu entschlossen, weil das ist ja mein Metier, den Finanzausschuss zu nehmen. Der hat es ja nicht gegeben, den es ja das erste Mal gibt. Und es ist wirklich eine herausfordernde Sache. Und ich mache das auch wirklich gerne. Wir haben ja mit Schöner Egon als Buchhalter den besten Mann, den man sich eigentlich vorstellen kann. Und das ist unsere Aufgabe schon wesentlicher. Stefan, du bist Vize-Bilgermeister, du bist im Bau- und Energieausschuss, du bist im Kulturausschuss. Du bist ja in Mierming gar nicht mehr wegzudenken. Wir haben jetzt schon überall gesehen, Mierming ist eine E5-Gemeinde. Kannst du uns einmal erklären, was das eigentlich heißt? E5-Gemeinde, das heißt einmal einen Haufen Arbeit, sagen wir mal so. Arbeit für die Gemeindebürger, weil sie da natürlich mitgemessen bei der ganzen Geschichte. Und natürlich auch für die Gemeindeleit selber, die Mitarbeiter in der Gemeinde und für die, die im Ausschuss sein. Es geht wirklich darum, wir wollen Vorbildfunktion als Gemeinde übernehmen und sagen, Energie ist wertvoll für uns. Und wir wollen einfach vorsichtig und sorgsam damit umgehen, damit wir etwas davon haben, von unserer Gemeinde und auch unsere Nachkommen etwas haben. Und das spielt da hinein. Das heißt, wir entwickeln Konzepte, wie stellen wir die Beleuchtung in der ganzen Gemeinde um. Wir haben jetzt zum Beispiel LED am Sportplatz unten gemacht. Wir sagen auch, welche Förderungen haben wir in der Gemeinde. Wir fördern erneuerbare Energien, wir fördern Wärmepumpen zum Beispiel für Gebäude. Also das Ganze stimmt man ab. Und dann versucht man das so gut wie möglich umzusetzen. Und damit das auch einen Wert hat, wird das Ganze auditiert. Auditiert heißt in dem Fall, es gibt eine Jury, die schaut sich das an. Das sind Tiroler, die sich das anschauen. Und dann geht es weiter nach Wien, Salzburg, je nachdem welches Bundesland dazukommt. Und dann gibt es eine generelle Auditierung, nennt sich das. Und dann fragst du im Nachhinein, wieviel ES hast du jetzt bekommen. Das Maximale ist Fünfe. Wir als Gemeinde Mieming haben derzeit drei. Wir arbeiten sehr stark, dass wir weiterkommen. Schauen wir, ob es uns gelingt. Also hoffen wir, dass es beim Budget dann auch drein ist, dass wir nächstes Jahr wieder weiter in Richtung Fünfe kommen. Ja, richtig. Also das ist, glaube ich, ein ganz netter Brocken, der da drinnen ist. Aber schauen wir, Fünfe wird es nicht werden, hoffen wir, dass wir irgendwann einmal Richtung Fünfe kommen. Also kleine Schritte. Genau. Aber das ist tätig. Also einfach weiterarbeiten, denke ich, ist das Wichtigste. Man hat jetzt auch gesehen, dass ihr eigentlich ein ganz gutes Verhältnis untereinander habt. Es wird ernsthaft diskutiert, es wird aber auch hin und wieder einmal richtig herzhaft gelacht. Ja, ich glaube, das gehört dazu. Auch in jeder Tätigkeit, die man aushübt. Natürlich gehört bestimmt der Ernst dahinter, weil es um viel geht. Aber am Ende des Tages muss einfach auch die Freude da sein, dass man dann was erreicht hat. Und dann kann man natürlich auch lachen, wenn es dementsprechend gut ist. Und das passt ja jeder auf den anderen ein bisschen auch, was er für ein Wortwahl trifft. Und das macht es interessant und das macht es auch locker. Und darum, glaube ich, taugt es ihnen auch, dass sie bei den Sitzungen dabei sind, ja. Die Gemeinderatssitzungen sind ja öffentliche Veranstaltungen, oder? Ja, die sind öffentlich. Wir haben eigentlich an die zehn Sitzungen im Jahr öffentliche Gemeinderatssitzungen, natürlich viel mehr Ausschusssitzungen, wo man im Vorfeld die ganzen Themen bearbeitet. Ob das der Gemeindeverstand ist, ob das der Kulturausschuss ist, sämtlicher Bauausschuss ist natürlich eines der wichtigsten mit dem Überprüfungsausschuss. Und da gibt es natürlich jeweils einen Obmann oder eine Obfrau, der sich den Themen annimmt und das dann mit der Gemeinde im Vorfeld vorbereitet und dann bei den Sitzungen berät. Und dann gibt es die klassischen öffentlichen Gemeinderatssitzungen, wo man die Sachen dann der Öffentlichkeit auch präsentiert und dann auch dementsprechend beschließt. Gabi, mir ist aufgefallen, du warst heute die einzige Frau da bei der Gemeinderatssitzung. Wie geht es denn dir damit? Gut, echt gut. Ich fühle mich da nicht als Frau, sondern einfach als gleichrangiges Mitglied vom Gemeinderat. Es gibt natürlich zwischendurch schon mal ein Thema, wo man sagt, ja, da muss ich jetzt die Frauen von Langs verteidigen. Aber ich merke das gar nicht. Das ist ganz normal. Wir sind einfach alle nett und wir passen alle gut zusammen. Und ich fühle da gar keinen Unterschied. Nein, wirklich nicht. Wie ist es für dich, in Mierming zu wohnen und für Mierming zu arbeiten? Ja, in Mierming wohnen ist sowieso gigantisch. Ich bin ja auch schon seit mittlerweile 60 Jahren da, geboren und alles. Und zum Arbeiten und zum Mitarbeiten im Gemeinderat ist gut. Aber leider mit Arbeiten bin ich schon seit über 40 Jahren auswärts. Aber ich fahre jeden Tag gerne nach Hause. Für mich ist das jeden Tag bei Urlaub machen. Echt. Wir sagen danke und wir wünschen dir noch ganz schöne Arbeitszeit. Ebenfalls. Dankeschön. Du bist ein Ur-Mierminger. Man sieht dich bei der Musik, man sieht dich beim Gemeinderat, man sieht dich überall bei Veranstaltungen. Wie ist es für dich, in Mierming zu wohnen und für Mierming zu arbeiten? Ja, das ist ganz was Besonderes. Das soll ich sagen. Für jemanden arbeiten, das einem am Herzen liegt, das ist einfach toll, muss ich sagen. Also, das war schon lange Zeit mein Wunsch, dass ich für Mierming auch in der Beziehung was tun kann. Und ja, jetzt mit Martin, mit Martin seiner Liste ist es einfach gelungen, dass ich gesagt kann, okay, jetzt kann ich einfach Verantwortung übernehmen und kann mitgestalten, wie in so Mierming mein Mierming sich weiterentwickeln kann und einfach lebenswert bleibt und vielleicht schon ein bisschen lebenswerter wird in bestimmten Bereichen. Das ist das Ziel, das ich persönlich habe. Dann sagen wir Danke und wünschen dir noch eine ganz, ganz feine Adventszeit. Danke. Wie ist es für dich, in Mierming zu wohnen und für Mierming zu arbeiten? Ich bin ein gebürtiger Mierminger. Ich bin ein gebürtiger Mierminger und ich kann mir nichts Schönes vorstellen, als mir da zu wohnen und möchte nicht wegziehen. Ich war einmal fünf Jahre in Oberhofen, wenn wir da umgebaut haben. War auch schön, keine Frage. Aber ich bin im Endeffekt gerne wieder zurück übersiedelt und ich möchte nirgends weggehen. Und wenn ich sehe meine Kollegen, ich bin ja in ganz Österreich unterwegs, es gibt keinen schönen Fleck als mir da. Und da ist es einfach eine wunderschöne Aufgabe, auch mitwirken zu können, das Dorf zu gestalten. Und ich bin jetzt quasi für das erste Mal im Gemeinderat drinnen. Fällt mir irrsinnig, obwohl ich nicht mehr der Jüngste bin. Ich bin mittlerweile einer für die ältersten Gemeinderat als Neuanfänger, sagen wir mal so. Aber es macht irrsinnig auch nicht. Irrsinnig Spaß. Werner, wir sagen Danke und wir wünschen dir eine ganz schöne Adventszeit. Danke. Danke. Ich kenne die beiden. Der andere ist jetzt leider nicht auf der Kamera drauf, aber er steht da vor mir. Danke, Maria, für eure Arbeit, das ihr das ganze Jahr macht. Und ihr seid immer präsent, ihr seid immer da. Und vielen, vielen Dank, dass ihr jetzt die Arbeit habt. Danke. Wie ist das für die, in Mierming zu wohnen und für Mierming zu arbeiten? Ja, es ist eine wunderschöne Arbeit. Sonst hätte ich mich der Herausforderung nicht gestellt. Es ist eine sehr intensive Zeit. Das habe ich aber davon gewusst. Und es ist wirklich eine sehr, sehr schöne Tätigkeit. Und ich tue es wirklich gerne. Und ich habe es nicht bereut, dass ich mich mit dem Thema gewidmet habe. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist natürlich immer wieder spannend. Und in der Früh, wenn du den Kalender durchschaust, was steht heute alles an, kommen natürlich immer wieder Sachen rein, mit denen man eigentlich noch nicht geahnt hat. Thema Schneefall, was jetzt unlängst war, am 2. Dezember, ist natürlich sehr, sehr spannend. Da gibt es natürlich viele Anfragen von den Gemeindebürgern. Und wir versuchen das wirklich bestmöglich abzuarbeiten. Und das geht nur, wenn man so eine tolle Mannschaft hat. Nicht nur die Gemeinderäte, sondern in der Verwaltung, im Bauhof, im Kindergarten, in der Reinigung, im Schulwesen, überall. Und ich muss sagen, Traum. Wirklich tolle Leute und tolle Gemeindebürger, für die man arbeiten kann. Und darum tue ich es auch gerne. Was wünscht sich der Bürgermeister für die Gemeinde Mierming vom Christkindl? Ja, was wünscht sich der Bürgermeister? Dementsprechend Unterstützung von den Gemeindebürgern, dass wir die Themen gemeinsam gut umsetzen können. Das ist das eine. Allen wünsche ich eine schöne Adventszeit. Eine unfallfreie. Ein bisschen Schneefall. Dass es auch winterlich ist. In die Gemeindearbeitern nicht so viel Schnee. Dass sie auch in Kreise der Familie Weihnachten feiern können. Und einen guten Ausklang. Und was ich noch dazu sagen möchte, wir haben wieder am 7. Jänner den Neujahrsempfang. Und das sind alle recht herzlich eingeladen im Gemeindesaal. Zuerst um 9 Uhr die Heilige Messe. Ich finde das ganz, ganz wichtig, dass man das Jahr mit der Messe beginnt. Und dann im Anschluss im Gemeindesaal Rückblick und Vorschau. Und was trinken, was essen und aufs neue Jahr anstoßen. Und am Abend haben wir nachher auch das klassische Neujahrskonzert. Seien alle recht herzlich willkommen. Ich sage mir Danke und frohe Weihnachten. Und Danke für eure Arbeit, die es immer macht für uns. Danke. Danke. Liebe Miemingerinnen, liebe Mieminger. Vorerst einmal Danke für euer Vertrauen. Dass ihr dem Gemeinderat das Vertrauen geschenkt habt. Für 6 Jahre für euch zu arbeiten. Ich muss sagen, wir haben ein tolles Team. Ich hoffe, wir machen einen richtigen Job für euch. Wir dürfen uns bedanken für euer Vertrauen. Wir möchten auch sagen Danke für die gute Unterstützung das ganze Jahr. Und passend zur Jahreszeit, jetzt zu Weihnachten, darf ich einmal eines sagen. Wir wünschen euch... Eine frohe Weihnachtenabend. Morgen ist der 24.12. Das heißt, wir sind morgen schon ein bisschen früher online. Nämlich schon um 17 Uhr. Weil wir danach noch zur Weihnachtsmitte gehen. Da wird auch das Fenster vom Mieminger Adventkalender geöffnet. Bis dahin wünschen wir euch noch einen schönen Abend. Vielen Dank. Vielen Dank. Tschüss. 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 Tschüss.